Guten Morgen, Deutschland! Es gibt so Morgende, da wacht man auf, macht seinen Rechner an und dann fängt man einfach nur noch an zu lächeln und zu grinsen. Was ist passiert, Leute? Jemand hat ein Video geteilt, ein Video, welches der Wahrheit entspricht, und hat darüber geschrieben, ob es der deutschen Öffentlichkeit bewusst ist. Was war das für ein Post und wer hat diesen Satz auf Englisch geschrieben? Der Post, der kam von Radio Genua. Der Post bezog sich auf die NGOs, die die sogenannte Seenotrettung betreiben, vor der libyschen Küste. Der Post beschreibt, wie diese NGOs keine Seenotrettung betreiben, sondern die Massenmigration nach Italien fördern. Und der Satz, den er da geschrieben hat in Englisch, der junge Mann, hat kein geringerer als Elon Musk geschrieben. Der Chef von X, von Twitter, der reichste Mann der Welt. Und was glaubt ihr, was los ist, Leute, im Netz? Denn das Auswärtige Amt Deutschlands hat einen großen Fehler begangen. Sie haben darauf geantwortet, auf diesen Post, und haben darunter geschrieben, ja, wir retten Leben. Mit anderen Worten, zwei Dinge sind gestern Nacht passiert. Das Auswärtige Amt hat zugegeben, dass diese NGOs von ihnen finanziert werden und diese Massenmigration da unten betreiben. Das ist Punkt Nummer eins. Ja, wir retten Leben. Dankeschön für das Gespräch. Damit ist bewiesen, dass ihr das Ganze da unten unterstützt. Und das Zweite ist, wir retten Leben. Seenotrettung bedeutet, jemanden aus Seenot aus dem Wasser zu holen und zum nächstgelegenen sicheren Hafen zu bringen. Der ist aber nicht über 100 Seemeilen entfernt auf Lampedusa, sondern der ist 20 Seemeilen zurück an der libyschen und der tunesischen Küste, liebe Leute. Das wäre ein sicherer Hafen. Das bedeutet Seenotrettung. Das ist übrigens das Thema, was wir schon vor vielen Jahren schon euch immer wieder versucht haben näher zu bringen. Dieser Post von Elon Musk bedeutet jetzt im Klartext eine Einmischung, laut den deutschen Massenmedien und den Altparteien und der links-rot-grünen Bubble, eine Einmischung in den Wahlkampf in Bayern und Hessen. Weil den Post, den er geteilt hat, da stand unten drunter, es wird Zeit, dass die Leute, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber ungefähr so stand es drunter, die Leute sollten jetzt langsam mal die AfD wählen in Deutschland. Das hat dieser Berichterstatter, der das da gepostet hat, nämlich in den Tweak geschrieben. Und was nehmen dann unsere Massenmedien aus dem Post von Elon Musk? Nein, nein, nicht, dass er die Wahrheit geschrieben hat, nämlich, dass er ganz klar angeprangert hat, dass diese NGOs gefördert werden von diesem Staat Deutschland, sondern sie beziehen sich darauf, dass in dem Post steht, die Leute sollen doch demnächst die AfD wählen. Sie suggerieren jetzt über die deutschen Massenmedien heute und die Altparteien und die links-rot-grüne Wokebubble, dass Elon Musk dazu aufrufen würde, die AfD zu wählen. Leute, was hier heute Morgen gerade abgeht, in den sozialen Netzwerken und bei den Journalisten und bei den Altparteien und bei dieser deutschen Bundesregierung, ist der Super-GAU. Warum? Weil das nicht jemand wie ich gemacht hat, der vielleicht nur 160.000 Menschen erreicht oder jemand anders, der 1.000 Menschen erreicht oder jemand, der 10 oder 30 erreicht. Nein, es war Elon Musk und der Mann hat 150 Millionen Follower. Und 150 Millionen Follower auf dieser Welt können diesen Post sehen. Und davor haben sie Angst. Sie haben jetzt gerade richtig Angst. Es ist im Grunde genommen, was so einige Leute auf manchen Kanälen immer wieder sagen, das Boom. Liebe Leute, das ist es, was jetzt gerade passiert. Und wenn man sich die Reaktionen im Netz anschaut, da gehen grünen Politiker hin und fordern direkt, dass der Herr Breton von der EU, das ist der Mann, der den Digital Service Act jetzt aktiviert hat, dass der jetzt durch die Blume dazu aufgefordert wird, Twitter doch mal ein bisschen auf die Finger zu schauen. Wie kann es denn sein, dass Elon Musk sich einmischt in den deutschen Wahlkampf? Er hat sich nicht in den Wahlkampf eingemischt, liebe Leute. Elon Musk hat sich nicht in den deutschen Wahlkampf eingemischt, sondern Elon Musk hat das gesagt, was viele hier draußen schon lange Jahre sagen, dass diese Massenmigration, diese Schleusung, diese sogenannte Seenotrettung beendet werden muss, weil sie nämlich der Pull-Faktor ist, weil sie dafür sorgt, dass die Menschen im Mittelmeer draufgehen, weil sie wissen, dass diese Schiffe dort warten, machen diese Schleuser das ja. Deswegen verdienen sie ja ihr gutes Geld mit Menschenleben. Und Elon Musk hat das jetzt einfach nur mal laut gesagt. Und als das Auswärtige Amt darauf geschrieben hat, sie würden ja Leben retten, dann hat er darauf geantwortet, hat man denn mal in Deutschland eine Umfrage gemacht, ob die Deutschen das überhaupt möchten? Und ist es nicht eigentlich mehr oder weniger schon fast eine Invasion? Es ist eine Offenbarung, was hier heute Morgen stattfindet, was in den sozialen Netzwerken stattfindet. Es ist ein Aufruhr. Es ist, ja, es ist das, was wir uns alle eigentlich in den sozialen Netzwerken mal gewünscht haben, dass mal einer hergeht und man kann von ihm halten, was man will, von diesem Mann. Und er dient natürlich auch zuallererst mal sich selbst. Aber, aber, es ist nicht irgendwer, und das wissen Sie, es ist jemand, der eine irre Reichweite hat, der nicht einfach kalt zu stellen ist, dem man auch nicht einfach mundtot machen kann und der sich einen auf Deutsch direkt darüber schert, was andere von ihm denken, der einfach seine Free Speech, freie Meinung sagt. Und deswegen ist es heute nicht nur ein persönlich schöner Tag für mich, sondern überhaupt ein sehr schöner Tag für mich. Danke, Elon Musk, dafür, dass Sie einfach mal die Wahrheit gesagt haben, dass Sie die Wahrheit ausgesprochen haben und dafür gesorgt haben, dass dieses ganze System der Verleugnung, der Heuchelei, der Lügen, der Märchen, der Zensur jetzt gerade so richtig schön weltweit in Deutschland öffentlich gemacht wird.